Die Geventa 2014 schließt in wenigen Minuten ihre Tore. Wir alle blicken auf drei sehr erfolgreiche Messetage zurück. 984 Aussteller, davon zwei Drittel außerhalb Deutschlands, trafen auf über 30.000 Fachbesucher aus über 110 Ländern aus aller Welt. Dies zeigt einmal mehr die internationale Bedeutung der Geventa als Dreh- und Angelpunkt für die internationale Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpenbranche. Es würde uns freuen, wenn auch Sie, Teil der kommenden Geventa, die von 11. bis zum 13. Oktober 2016 stattfindet, dabei wären. In diesem Sinne grüßen wir aus Nürnberg.